Sind alle Weebs gleich komisch oder ist das doch nur ein unverdientes Klischee? Mein Name ist Foli und gemeinsam werden wir uns heute die Weeb-Kultur genauer anschauen. Natürlich habe ich dafür zwei wunderbare Gäste eingeladen, zu meiner linken Nightshade und an meiner rechten Tessels. Unser liebstes Hobby hat natürlich eine, wie es scheint, stetig wachsende Fanbase. Kurz noch zur Begriffserklärung, bevor es richtig losgeht. Als Weeb bezeichnet man westliche, vermeintlich obsessive Fans der japanischen Popkultur. Und das Wort Otaku hingegen kommt aus dem japanischen und bezeichnet grundsätzlich jemand, der intensiv seiner Leidenschaft nachgeht. Allerdings ist auch dieser Begriff extrem stark negativ konnotiert. Lebt ihr die Weeb-Kultur offen aus wie andere Menschen Fußball oder Tennis oder haltet ihr euch da verdeckt? Ich weiß nicht, ob es unbedingt verdeckt ist, aber ich bin jetzt definitiv nicht der Typ, der die ganze Zeit rumläuft und irgendwie nur Anime-T-Shirts trägt und das laut Rumpo-Sound oder so. Also wenn mich Leute nach meinen Hobbys fragen, dann erwähne ich es halt schon durchaus. Aber ich erwische mich schon dabei, dass ich es teilweise wirklich so ein bisschen auch runterspiele, sage ich mal. Bevor die Aufnahme begonnen hatte, haben wir ja kurz über meine zukünftige Ausbildung gesprochen. Und ich war wirklich, wirklich schockiert, inwiefern das sich jetzt so gebildet hat, unter den Leuten, wie sie dazu stehen. Weil ich war jetzt bei drei, vier verschiedenen Vorstellungsgesprächen und bei diesen wurde ich wirklich zutiefst über meine Anime-Interessen gefragt. Und es war auf einer Seite wirklich unangenehm, aber auf einer anderen Seite war ich wirklich verblüfft, inwiefern die Leute inzwischen darauf eingehen. Also ich glaube, bei mir würde ich sagen, ich bin schon jemand, der auch ein paar cooler Anime-Shirts, würde ich jetzt mal behaupten, anzieht, weil ich finde die Shirts echt cool. Und Leute sprechen mich schon ab und zu darauf an. Aber wenn mich jemand fragt, wie deep ich da tatsächlich drinne bin, würde ich auch nicht behaupten. Also würde ich auch so sagen, ja, so oberflächlich, bevor es dann so richtig an das Meat geht, wenn ihr wisst, was ich meine. Aber was man ja schon irgendwie so raushört, dass ihr beiden auch schon irgendwie noch so denkt, dass dem ganzen Thema so gewisse Vorbehalte angehaftet sind von anderen, kann das sein? Sure, ja. Ich muss aber auch dazu einfach sagen, dass ich ein sehr so self-conscious Mensch bin. Also ich, wie gesagt, wenn ich jetzt einfach weniger Scham hätte, dann würde mir das, glaube ich, nichts ausmachen. Aber ich bin da immer so ein bisschen vorsichtig, was sowas angeht. Und ich will nicht, dass Leute sich sehr, sehr schnell über mich irgendwelche Vorurteile oder sowas bilden. Auch wenn sie das probably at this point nicht mehr hätten. Weil wir können auch darüber später noch reden. Aber ich glaube, heutzutage ist das nicht mehr so stark mit den Vorurteilen. Ich glaube, heutzutage ist Anime mainstream genug, als dass Leute da jetzt nicht glauben, du bist irgendwie der absolute, wohnst im Keller deiner Mutter und was auch immer. Bleiben wir ja mal direkt bei dem Thema. Ich würde schon sagen, wenn man so einen Blick zurückwirft, dann könnte man ja sagen, dass die japanische Popkultur vor so circa acht, neun Jahren noch nicht so krass in der Öffentlichkeit angekommen ist wie heutzutage. Weil ich glaube, wenn du so heute junge Erwachsene auf der Straße nach Anime fragen würdest, dann würden wohl schon so 85 Prozent auf Demon Slayer oder vielleicht sogar Jujutsu Kaisen verweisen. Also die wissen, was das ist. Ja, wie seht ihr so die Unterschiede? Sind das so positive Unterschiede oder war es damals vielleicht doch besser? Ja gut, zu einem konnte ich das schon sehr positiv sehen. Ich konnte Freunde machen durch genau solche Thematiken, bei denen ich mir eigentlich jetzt so, jetzt in Anführungszeichen oberflächlich nicht gedacht hätte, dass ich mich gut mit denen verstehen könnte. Und letztendlich konnten wir uns dann durch Interessensgebiete verbinden, wo es dann halt in anderen, wie es halt anders nicht möglich gewesen wäre. Also würdest du schon sagen, dass die auch schon so ein bisschen Ahnung davon hatten, obwohl die überhaupt gar nicht in der Anime-Szene drin sind? Ja, schon, definitiv. Ja, also ich weiß nicht, ich sehe das irgendwie jetzt nicht so streng, ehrlich gesagt. Ich finde das eigentlich auch durchaus positiv, dass Anime inzwischen so relativ Mainstream geworden ist. Man geht irgendwo in Saturn rein und kann da schon Manga und alles Mögliche kaufen und irgendwie, was weiß ich, My Arcademia-Tassen oder so einen Scheiß. Gibt da einige Leute, die sind da vielleicht eher Gatekeepy oder so. Und ich kann das vielleicht auch verstehen, wenn man wirklich schon irgendwie seit den 90er-Jahren irgendwie, sag ich mal, in den Grabenkriegen gesessen hat und noch die Zeit kennt, wo man damit völlig alleine stand und irgendwie sozial vielleicht ausgegrenzt wurde. Aber ja, so streng sehe ich das auch nicht. Also ich sehe es dann eher ein bisschen, also ich habe dann eher so ein bisschen Vorbehalte oder ich sehe es ein bisschen argwöhnisch, wenn Leute dann schon, sag ich mal, Anime gucken, aber sich nicht wirklich damit auseinandersetzen irgendwie oder so. Also das sind dann so Leute, die, also ich meine nicht mal im Sinne von, dass sie das casually einfach nur gucken und nichts dann dazu zu tun haben, sondern schon Leute, die sich mal, sag ich mal, in der Anime-Community beteiligen, aber bei denen du so merkst, die haben sich irgendwie nicht wirklich mit der Geschichte des Mediums so wirklich auseinandergesetzt. Aber muss man das denn? Also musst du, wenn du damit anfängst, das ist ja jetzt mal dieses Hobby aufzugreifen, muss man dann sich irgendwann wohl oder übel mit der Geschichte auseinandersetzen oder mal tiefer in die Materie reingreifen? Muss man sicherlich nicht. Also kommt, wie gesagt, kommt darauf an, wie sehr man das jetzt tatsächlich als sein Hobby ansieht oder einfach nur so als ein, ach, ich gucke gerne Serien und übrigens auch ein paar Anime jetzt mal zwischendurch oder so. Aber ich meine, wenn wir jetzt so richtig über halt Otaku-Culture oder Weep-Culture oder was auch immer reden, dann gehe ich halt schon davon aus, dass das irgendwie für dich ein zeitintensives Hobby ist. Und at that point würde ich dann schon irgendwie von jemandem erwarten, dass er sich auch mehr mit dem Ganzen auseinandersetzt, als einfach nur, oh, ich gucke mir die schonen Jump-Adaption der letzten drei Jahre an. Ich finde ja zum Beispiel auch, dass TikTok irgendwie einen enormen Einfluss auf die Popularität hat. Ich erinnere mich zum Beispiel daran, die zweite Staffel von, oder die neueste Staffel von Marshall ist ja letztens rausgekommen und dieses Opening ist ja so durch die Decke gegangen, besonders durch TikTok, weil die Leute dann auch angefangen haben, dazu zu tanzen und so. Also diesen Tanz aus dem Opening nachzumachen. Und irgendwie kannte einfach jeder, auch so Leute von der Straße kannten auf einmal diesen Dance und dass es irgendwie ein Anime sein muss. Oder als die finale Staffel von Attack on Titan rauskam, da haben ja alle Leute auf TikTok immer diesen Gruß gemacht und so einen Waiting for the Final Season, also solchen Stuff halt. Und dann wusste auch auf einmal jeder, was Attack on Titan ist. Ich finde irgendwie schon so, TikTok hat da irgendwie enorm nachgeholfen, das zum Mainstream zu machen. Was ja auch in Ordnung ist, ne? Also ich meine, ich will jetzt niemanden, wenn jemand einfach nur Attack on Titan gucken will und keinen Bock hat, irgendeinen alten Schinken zu schauen, dann ist das ja in Ordnung oder so. Ich hab nur das Gefühl, es gibt schon durchaus, vielleicht ist es auch ein Strom, an dem ich mir gerade ausdenke, aber ich sehe durchaus manchmal Leute, die sich dann schon als Anime-Fan bezeichnen und auch, sag ich mal, an Diskussionen beteiligen zu Anime-Kultur. Aber halt einfach überhaupt keine Perspektive dafür haben. Und ich bin ja jetzt auch nicht jemand, der schon seit den 80ern irgendwie VHS-Kasse gesammelt oder so. Warst du da überhaupt schon auf der Welt? Nee, eben nicht. Aber gerade in der heutigen Zeit, und das finde ich ja auch so schön, also ich wünsche mir jetzt nicht unbedingt wirklich die gute alte Zeit oder sowas zurück, wo man die Hälfte der Animes nie, oder was heißt die Hälfte, 80 Prozent der Animes nie sehen konnte, weil sie nicht rübergekommen sind. Du bist ja heutzutage schon in einer sehr, sehr guten Position. Du hast ja richtigen Luxus, dass heutzutage eigentlich so ziemlich, sag ich mal, 90 Prozent der Animes, die in Japan erscheinen, auch tatsächlich in den Westen rüberkommen. Das hättest du dir halt vor 20 Jahren nicht in deinen feuchsten Träumen ausdenken können. Ja, stimmt schon irgendwie. Ja gut, ich meine, Anime ist heutzutage mehr im Mainstream angekommen, aber die Kern-Weep-Kultur, so nenne ich das jetzt mal, ist ja immer noch erhalten geblieben. Und da gibt es ja auch durchaus Schattenseiten und Vorurteile, die vielleicht nicht ganz unberechtigt sind, die auch nicht von irgendwo her kommen. Welche Vorurteile fallen dir jetzt so auf die schnelle Ein-Nightshade? Hast du da irgendwas im Kasten? Ja, definitiv. Also wirklich das Allererste, was in meinen Kopf gesprungen ist, war schon direkt immer noch diese alte Thematik mit, wieso man nur so sehr 2D-dimensionale Waifus oder Haspendos so sehr mögen könnte, dass man sie, dass man halt, also warum man diese so sehr mögen könnte. Und das ist halt immer noch so ein Vorurteil, bei der, den ich ab und zu mal oder beziehungsweise eher selten schon mal wieder mitbekommen, warum man so sehr, so tiefst in eine Kultur sich einfindet, dass man diese irgendwie, also dass man dann auch ein Hobby darin hat oder allgemein in diese Thematiken, also in diese konservativen Thematiken. und ich finde, ja, also wie gesagt, es ist jetzt eher seltener geworden, worüber ich auch sehr froh bin. Ich treffe kaum wirklich eine Person, der wirklich was so Hate dagegen hat oder aktiv Hate darüber verbreitet oder allgemein Personen vermeidet, weil man halt jetzt Anime mag oder so. Ich habe auch genügend Leute, Freunde kennengelernt, die nicht Anime mögen oder allgemein nicht Anime konsumieren und mit denen ich mich auch sehr gut verstehen kann, jetzt durch andere Bereiche. Vielleicht ist das jetzt ein bisschen aus dem Nähkästchen gegriffen, aber würdest du von dir behaupten, dass du auch so Hasbandos und Waifus hast, so aus Anime-Serien oder? Ich sehe es eher als Favoriten an, jetzt die mir... Als Lieblingscharakter. Genau, so als Lieblingscharakter. In dieser Subkultur mit Waifus, Hasbandos bin ich nicht wirklich drin. Also ich sage mal so, ich bin, glaube ich, da die falsche Person für Waifus und Hasbandos, weil ich sehe das immer so mit einer Romance-Verbindung mit und ich bin eigentlich nicht der Typ, der sich Romance anschaut. Ich finde schon an manchen Stellen die Kritik an dieser Hasbando- und Waifu-Kultur berechtigt, wenn man sich anschaut, wen die Leute als Hasbando und Waifu bezeichnen, denn in 90 Prozent der Fälle sind das minderjährige Charaktere. Ganz besonders kleine Mädchen, die dann als Waifus bezeichnet werden. Ich glaube, das kann man gar nicht an zwei Händen abzählen, wie viele das eigentlich sind. Zum Beispiel Shiro aus No Game No Life, die eigentlich auch erst elf Jahre alt ist und die auch sehr gerne als Waifu bezeichnet wird. Ich finde schon, das ist eine brechliche Kritik, dass da dann so, ich sag jetzt mal, die Welt außerhalb der Waifu-Kultur sagt, irgendwie ist das komisch, irgendwie ist das weird. Und ich finde schon, ja, das ist komisch und das ist weird und das kannst du auch kritisieren, weil das ist auch eigentlich nicht okay. Weil ich meine, du kannst deinen Lieblingscharakter haben, du kannst einen Charakter richtig cool finden, aber dieses Konzept von Hasbando und Waifu, wie du ja gesagt hast, Nightshed ist immer mit Liebe und Romance verbunden und das sind dann meistens auch so Konzepte, die dann auch sehr schnell in Sexuelle überdriften und ab da ist es dann natürlich irgendwie nicht mehr okay, finde ich. Ja, da stimme ich definitiv zu, ja. Vielleicht bin ich da auch einfach nicht in den richtigen Zirkeln zu oder so, aber ich seh das halt auch echt gefühlt in den letzten Jahren nicht mehr wirklich. Also vielleicht unironisch, dass das Leute machen. Ich seh das durchaus, dass manche Leute das noch so ironisch machen, irgendwie so, was weiß ich, der Typ, der irgendwie diesen einen Charakter aus Danganronpa, der irgendwie like eine Minute Screentime hat und dann hat er irgendwie ganze Räume voll mit irgendwelchen Pappstatuen von ihr oder so, da denk ich mir halt so, okay. Das ist halt so ein Joke für jeden, so irgendwie, ne? Das ist halt irgendwie jetzt lustig. Aber ich seh das irgendwie nicht mehr so wirklich honestly in den Zirkeln heutzutage. Ich weiß gar nicht, ob das noch so stark ist, wie das irgendwie bei wegen dann so war, als halt No Game, No Life oder so rausgekommen ist. Ich seh da eher auch wirklich dann, dass es so ein bisschen übergegangen ist einfach zu meiner Lieblingscharaktere und sowas und das ist halt normal. und völlig unkritisch. Ja, vielleicht auch etwas Positives, weil ich, ich glaub schon, du hast recht, damals war das irgendwie sehr viel krasser als heute, aber das ist irgendwie auch so eine Subkultur, die ist irgendwie immer noch nicht ganz verschwunden. Die existiert schon noch. Bestimmt, dann seh ich sie einfach nur nicht. Genau. Du bewegst dich zu Recht nicht in den richtigen Kreisen, I guess. Ja, wahrscheinlich berechtigt auch, keine Ahnung. Ja, also was ich heutzutage am Boomen sehe von dieser Thematik aus, sind dann eher die Shipping-Kultur zwischen zwei Charakteren aus dem Universum oder vielleicht aus anderen Stücken. Das sehe ich dann eher am häufigsten oder als moderne Variante, wenn man es so beschreiben möchte. Und da sehe ich das auch recht öfter vertreten. Stichwort Shipping können wir auch noch mal über die Genres reden, weil ich finde, wenn du so von außen reinkommst, natürlich, du kriegst sofort das Genre-Schonen ins Gesicht geklatscht, das ist ja überpräsent. Und dann findest du irgendwann noch raus, es gibt auch Shoujo und so. Und dann kommst du irgendwann zu Yuri und Yaui. Und ab da würden die meisten ... Und das ist so deep. Genau, genau. Indie, no way back. Nicht nur das, sondern ab da sagen dann auch immer sehr viele Leute, ah, das ist komisch. Und ich finde, manchmal ist auch diese Kritik berechtigt, denn wenn man mal ein bisschen genauer darüber nachdenkt, ist ja in Anime schon so, diese Sexualitäten sind ja ein ganzes Genre. Und das ist irgendwie weird, wenn du dir mal darüber nachdenkst, warum muss eine Sexualität überhaupt ein ganzes Genre sein, dass du das so benennen musst und dass du das so abkapselst. Gut, das ist halt historisch ... Das ist jetzt in Anime halt ein bisschen historisch einfach bedingt. Genau. Das ist jetzt auch nicht exklusiv, finde ich, für Anime. Es gibt auch durchaus andere Medien, wo halt Homosexualität sich abgekapselt hat in seinen eigenen Genres. Das ist jetzt, finde ich, gar nicht so besonders für Anime, I guess. Ja, gut, also ... Ja. Ich sehe das eher ... Also, diese Genre sehe ich bei Game-Adaptations tatsächlich eher. Weil ich finde so, wenn wir jetzt in die Richtung Yuri-Yogi gehen, dann sehe ich eher Yuri am häufigsten in so Sachen wie Gacha-Games. Ich sehe wirklich eine Unmasse ... Yuri-Baits siehst du, glaube ich. Ich glaube, es gibt nicht viele Gachas, die tatsächlich Yuri haben. Ja, genau. Ich sehe eher Yuri-Baits oder halt Fan-Content über Yuri-Content. Fan-Created-Content allgemein. Das sehe ich dann halt am häufigsten in Gacha-Games, in Adaptations. Und je nachdem, wenn man schon von Adaptations, also von der Art von Medien redet, dann kommt es immer darauf an, welche Charaktere am überwiegendsten gezeigt werden. Also, bei Shoujo oder anderen Genren Anime, dann hat man immer diesen einen Typ an Charakter überwiegend. Und dann ist es halt irgendwie so, es gibt keinen Ausweich mehr, als nur Content über die Charaktere zu machen. Hm, sure. Aber um nochmal darauf zurückzukommen. Also ja, diese Genres so Yuri und Yaui, das ist natürlich historisch, gar keine Frage. Das wollte ich auch nicht verneinen, sage ich jetzt mal. Aber kann sich das nicht auch über die Zeit ändern? Also ich meine, kann man das nicht irgendwie auflockern? Oder ist es nicht auch irgendwie berechtigt zu sagen, das ist irgendwie etwas Veraltetes, was man jetzt auch irgendwie mal ändern kann? Ich meine, wenn du dir westliche Cartoons zum Beispiel anschaust, es gibt heute wirklich sehr viele, zum Beispiel Hasbin Hotel, wo das überhaupt nicht mehr als Yuri-Genre, sage ich jetzt mal, definiert ist, sondern das einfach so gegeben ist, dass die Hauptcharaktere lesbisch sind und Punkt, dass die Serie fällt, glaube ich, sonst unter Comedy oder was auch immer. Und in Japan ist es aber trotzdem immer noch so, du musst, wenn es ein lesbisches Paar gibt zum Beispiel, dann fällt das konkret unter Yuri und dann wird es auch nicht unter anderen Dingen gelistet. Und ich finde, das könnte man schon so ein bisschen auflockern. Und von außen sieht es auch berechtigt irgendwie komisch aus, finde ich. Ja, also in dieser Ansicht kann ich da definitiv zustimmen. Ich glaube, da ist aber schon durchaus der Wille auch da, das tatsächlich so ein bisschen aufzulockern und mehr, sage ich mal, in anderen Genres das einzubauen. Die Frage ist halt eher, sage ich mal, wie macht man das irgendwie, oft wird es halt, sage ich mal, so dezent gemacht, dass es dann irgendwie wieder, dann grenzt das wieder in so Gebiete wie halt irgendwie, ah, das ist jetzt irgendwie Yuri Bait oder Yowie Bait oder so etwas. Hängt dann wahrscheinlich, glaube ich, oft eher an den Publishern als an den Creatoren. Ich glaube, die Creator werden durchaus dazu bereit, das zu machen. Die Frage ist halt nur, wenn dann so welche Spiele gerade auch, wenn wir jetzt irgendwie von Gacha-Games oder sowas reden oder Animes oder was auch immer, wenn die dann auch noch nicht nur in Japan und im Westen, sondern halt auch in China, sage ich jetzt mal, noch erscheinen und da dann wieder so ein bisschen gefragt wird, wie offensichtlich will es man machen, wie sehr will man sich darauf fokussieren, wie sehr will man bestimmte Märkte dann doch noch irgendwie pleasen, die das kritischer sehen, dann ... Ich glaube, das ist eher das Problem. Ich glaube, das Problem ist nicht der fehlende Wille von Anime- und Gameschöpfern, sondern eher die Vermarktung der Sachen. I guess. Ja, schon. Aber das ist dann natürlich ein Hindernis, was man dann auch irgendwie nicht so leicht überwinden kann, leider. Ja, ist schwierig, wie gesagt. Das wird sich wahrscheinlich erst bessern, wenn, sage ich mal, so ein bisschen die Self-Publishing-Kultur ein bisschen gestärkt wird und da mehr, sage ich mal, sich nicht so über einige wenige zentrale Publisher irgendwie machen lässt. In japanischen Bereichen wird es ja immer noch als Tabu angesehen, irgendwie ansatzweise tatsächlich Yuri oder halt Gay zu sein oder, ja, besser gesagt, lesbisch oder Gay zu sein. Und wenn man dann halt wieder in den Westen schaut, dann ist es halt ja so gut wie es geht normalisiert und im Osten ist es dann halt hauptsächlich in Medien wie Anime zu sehen. Ja, ja, genau. Also ich glaube, in der japanischen Gesellschaft ist es honestly eigentlich auch schon relativ akzeptiert. Ich glaube, da muss man echt einen Unterschied ziehen, auch zwischen der japanischen Gesellschaft und der japanischen Politik, die nochmal an der ganzen Ecke konservativer ist als die tatsächliche Gesellschaft, würde ich sagen. Besonders unsere Generation, die sich ja, also die ja, zumindest in Japan, sich auch nochmal stark abgrenzt, also sehr stark von der älteren Generation. Das ist ja ein Welchenunterschied. Ja. Hast du denn noch Vorurteile mitgebracht, Tessels, die vielleicht berechtigt sind als Kritik? Ähm, weiß ich nicht. Ich halte da irgendwie jetzt auch ehrlich gesagt nicht so viel von. Ich kann jetzt halt irgendwie so doofe Sachen sagen, wie, ha, läuft es irgendwie, wie ich das schon gerade gesagt hatte, irgendwie läuft es im Anime-T-Shirt rum und kuschelt sein Daki Makura in der Bahn oder so. Oder was soll ich mal? Ganz normal auf dem Kopf. I don't know, finde ich alles irgendwie nicht sehr konstruktiv, da jetzt irgendwie drüber herzuziehen oder so. Okay, eine Sache, die ich noch auf meinem schönen Zettel hier stehen habe, die von außen auch sehr stark auffällt, weil ich da actually auch schon mal drauf angesprochen wurde, sind toxische Fandoms. Ich glaube, davon haben wir eine ganze Menge. Zum Beispiel, ich habe Attack on Titan selber nicht gesehen, nur die erste Staffel. Aber das Attack on Titan-Ende ist ja wohl sehr verpönt im Sinne von, und die meisten Leute sind damit nicht zufrieden. Und das ging ja dann auch irgendwie so weit, dass die Fans dann Todesdrohungen auf Twitter gegenüber dem Mangaka geschrieben haben, warum er das so geschrieben hat und dass er das bitte ändern soll. Oder ohne das bitte. Wäre auch irgendwie zu nett. Oder grundsätzlich Fandoms, die irgendwie gegeneinander hetzen und sich extrem fertig machen. Ich finde, das fällt, also wenn du auch nicht in der We-Kultur bist, fällt das auch schon irgendwie extrem auf von außen. Und nimmt dann vielleicht auch irgendwie so ein bisschen die Lust weg, selber mal in Animes reinzusteigen, wenn noch das Fandom toxisch ist, auf Deutsch gesagt. Boah, ich weiß aber ehrlich gesagt gar nicht, wie sehr man, ich kann das natürlich nicht einschätzen, wie sehr das nach außen gelangt tatsächlich. Aber hat jetzt der Otto-Normalbürger, der sich nicht mit Anime befasst, bevor der irgendwie überhaupt von Attack on, mal daran denkt, Attack on Titan zu schauen, wird er dann schon mitbekommen haben, wie sehr, sag ich mal, in der Anime-Fan-Bubble, sag ich mal, über das Ende diskutiert wurde. Ich glaube, das ist sehr insular dann doch tatsächlich, wie das auftritt. Okay, gut, da hast du recht. Aber dann ein anderer Punkt. Wir kennen ja bestimmt alle My Hero Academia. Und vor ein paar Jahren war das ja auch keine große Debatte. Aber das Fandom war sehr dafür bekannt, sehr krass als Cringe bezeichnet zu werden. Und dann auch auf so einem Level, wo auch Leute von außen gesagt haben, weil die My Hero Academia-Fans eigentlich Cringe sind, ist die gesamte Anime-Szene übel Cringe. Ich finde, das ist halt auch irgendwie wieder so eine dämliche Diskussion, die man irgendwie überhaupt nicht halten muss. Weil ich meine, in meinen Augen ist Anime-Kultur einfach Cringe. Also ich habe nichts dagegen. Also ich finde das nicht schlimm. Ich meine, klar, man hat dann natürlich immer so ein bisschen Vorbehalte, wenn man vielleicht irgendwie mit anderen Leuten, die gar nichts damit zu tun haben, zu reden. Aber für mich ist das halt irgendwie überhaupt kein Argument, jetzt zu sagen, boah, ich exkommuniziere jetzt Fans von diesem Anime, weil die sind Cringe. Und ich bin total cool. Ich bin einer der absoluten Super-Chats, weil ich gucke nur die guten Animes. Das ist halt für mich irgendwie auch so eine Nonsens-Diskussion. Für mich gehört es einfach dazu für die Anime-Kultur, dass es immer irgendwie ein bisschen Cringe ist. Und dass man auch mit einer gewissen Selbstironie daran geht. Vielleicht ist da tatsächlich ein Unterschied, sage ich mal, mit Leuten, die jetzt erst wirklich in den letzten Jahren dazugekommen sind und das noch nicht so mitbekommen haben, sage ich mal. Aber ich meine, so super lange bin ich jetzt auch noch nicht Teil vom Anime-Fandom. Aber ich sage mal, ich finde, so eine gewisse Selbstironie gehört auch mit dazu. Und ich finde es komisch, wenn dann manche Leute so ein bisschen versuchen, irgendwo die Linie im Sand zu ziehen und zu sagen, oh, diese Art von Anime-Fan müssen wir jetzt ganz strikt ausgrenzen, weil das sind irgendwie die Peinlichen und wir sind die coolen Jungs und ziehen uns unsere Sonnenbrille auf oder so. Also ich fand die alleinige Thematik über das My Hero-Fandom fand ich auch sehr, sehr groß. Da stimme ich teilweise schon zu. Also zu dem Zeitpunkt, wo diese Thematik entstand, fand ich die gesamte Diskussion darüber sehr unnötig, dass die überhaupt stattgefunden hat. Es wird immer Leute geben, die irgendwie fanatisch in eine Richtung denken, ob es jetzt gut oder schlecht ist. Es ist halt dann deren Perspektive. Es ist ja, man sagt ja immer, Kunst liegt im Auge des Betrachters. Und ich finde, das ist halt einfach so ein, genau so ein Phänomen, bei dem es aus irgendeinem Grund dann gesagt wurde von einer anderen Seite, nee, wir hassen euch jetzt dafür. Und ich fand das so, ich fand das schon sehr crazy, wie das dann abgelaufen ist im Fandom. Ich kann nur von Glück reden, dass ich in Relife davon nichts mitbekommen habe. Aber also wie die Medien explodiert sind, das war dann eines der Punkte, bei denen ich mir dachte, ich sollte endlich mal von diesen Medien runtergehen und meine Accounts löschen. Und das habe ich tatsächlich dann auch gemacht. Und seitdem habe ich keine großen... Ein gesundes Leben. Ja, ich habe wirklich jetzt mit dem Scherz beiseite, ich habe keine Social-Media-Plattform mehr wirklich. Und die einzigen Sachen, die ich mitbekomme, sind dann halt weitergeteilte Links von meinen Freunden, die mir dann das Zeug mitbekommen. Und seitdem habe ich auch wieder Hoffnung in die Menschheit bekommen. Wahrscheinlich die beste Art und Weise, mit dem Internet zu agieren. Ja, stimmt. Also Empfehlung geht raus von Nightshade. Jetzt war einfach euer Social-Media. Ja, genau. Du hast es gefeiert. Ja. Aber das Einzige Traurige, was ich wirklich finde, mit der Modernisierung oder mit dem Mainstreaming von Anime, es wird halt nur oberflächlich die größten Werke angeschaut. Und wie Taz jetzt schon erwähnt hat, die meisten anderen Werke oder älteren Werke werden dann halt eher übersehen. Beispielsweise habe ich auch schon eine Empfehlung für Frieren weitergegeben. Und der Person, der ich das weiterempfohlen habe, die hatte tatsächlich schon ein bisschen mehr Tiefe in Anime als nur Mainstream-Jujutsu-Kaisen oder Mainstream-Demons-Slayer. Und ich fand dann halt schade, dass genau er dann gemeint hat, dass er Frieren überhaupt nichts mitbekommen hat. Strange, weil der Anime war schon ziemlich big, finde ich. Wollte gerade sagen, das war doch der Hit eigentlich, Frieren. Und ich hatte auch schon das Gefühl, eigentlich ist Frieren doch auch schon im Mainstream angekommen, oder? Genau. Also wie ich es gesehen habe, ist es zum Teil im Mainstream angekommen, zum Teil dann wiederum auch nicht. Also wenn ich meine Klassenkollegen darüber gefragt habe, ob da jemand was mitbekommen hat, haben die alle Nein gesagt. Ich fand das schon sehr, sehr crazy. Vor allem 40 Prozent dieser Kollegen sind dann halt auch, wie gesagt, tiefer in Anime drin, als man es vom Otto-Normalverbraucher kennen würde. Deswegen, ich fand es schon sehr crazy zu sehen, wie es bei Frieren ist. Das ist teilweise, es hat seinen Boom, aber ich glaube, es hat nicht seinen gerechtfertigen Boom, weil da fehlt einfach noch die Audienz, die halt noch nichts mitbekommen hat. Abschließend würde ich gerne noch von euch wissen, ob ihr denn am Ende des Tages gerne ein Teil der Weep-Kultur seid oder euch da ein bisschen von abgrenzt. Wo seht ihr euch da auf dem Spielfeld, sage ich jetzt mal? Ich würde schon sagen, ich bin froh darüber. Alleine davon, was ich Positives über die Fanbase sah. Ich sehe andauernd Fan-Animations oder Fan-Endings zu Anime und Theorien. Beispielsweise Evangelion ist ja eine sehr, sehr große Thematik mit den Endings, weil auch der Autor dahinter es auch so gedacht hat, dass das Ending so offen ist. Und ich finde beispielsweise, da ist das sehr gut in einer Balance, wie sehr die Fans darüber Endings theorisieren oder Fan-Animations machen und sowas. Aber das hat man auch in anderen Bereichen. Deswegen würde ich hauptsächlich positiv davon denken, wenn ich so an die Weep-Kultur denke. Einfach nur davon, dass die Leute sich jetzt auch selbst involvieren. Ja, ich muss halt auch sagen, also wenn ich halt an Anime-Kultur oder Anime-Fandom denke, dann ist halt mein erster Gedanke nicht irgendwelche Viacademia-TikToks, die irgendwie jetzt in Cringe-Compilations landen oder so. Sondern dann denke ich, gerade auch zum Beispiel jetzt in der aktuellen Season, ich gucke halt ein Seasonal, Girls Band Cry, der ist nicht lizenziert im Westen. Und du denkst dir im ersten Moment so, oh nein. Und dann denkst du dir, wait, jetzt ist die Zeit. Jetzt kommen die Anime-Fans zusammen und machen wieder eine Fans-Sub. Wir halten fest, insgesamt ist diese ganze Anime-Kultur doch schon irgendwie was Tolles. Und es gibt auch sehr viele positive Seiten. Ich glaube, ich würde auch von mir behaupten, ich bin auch sehr gerne ein Teil dieser Kultur. Und ich bin auch jemand, der, wenn mir gesagt werden würde, oh, das ist aber irgendwie alles komisch und du guckst diese komischen Serien, dann würde ich auch schon irgendwie in die Offensive gehen und sagen, nee, das stimmt alles überhaupt nicht. Hier, das, das und das ist doch ganz cool eigentlich. Aber nichtsdestotrotz muss ich auch sagen, es gibt natürlich Kritikpunkte, die darf man kritisieren. Und die sind auch zu Recht komisch angesehen, sage ich jetzt mal. Ja, wie schaut es bei euch aus, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen? Seid ihr auch gerne ein Teil der Weep-Kultur? Und vielleicht, was seht ihr besonders kritisch daran? Schreibt uns das sehr gerne in die Kommentare. Und ich würde sagen, wir hören uns beim nächsten Mal. Bye, bye. Tschüssi, ciao. Bye, Nii. Tschüssi, ciao. Vielen Dank.